Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf meinem Kanal sofort und gleich. Ja, Leute, wie ihr im Titel schon seht, Statement zu den Robotern. Leute, ihr werdet gleich nochmal meine Sicht sehen. Ich bin ausgerastet. Ich bin wirklich, ich bin wirklich ausgerastet. By the way, ich hasse die Roboter. Wirklich. Ich hasse die Roboter und ich will, dass diese Scheiße rausgenommen wird. Leute, es ist unfassbar, was diese Roboter in diesem Spiel zu suchen haben. Epic, es ist kein Angriff an euch, es ist einfach nur Kritik. Okay, also es ist kein Angriff an euch. Und diese Roboter, die ihr da seht, bei 5 Leuten, 2 Stück, heißt es sind fast 50%, beziehungsweise halt 2 Fünftel der Spieler haben einen Roboter. 2 Fünftel, 40%, 40% der Spieler haben einen Roboter. Sehr gut. 40% der Spieler haben einen Roboter, das gefällt natürlich dem Herd sofort. Sehr super, also wirklich toll. Der Herd sofort ist hier unten, in diesem Haus. Hat gerade jemanden getötet, ich habe 6 Kills, alles gut. So, hab mir nichts gedacht, geh raus, also hör natürlich schon die Roboter und seh dann auf einmal, da sind 2. Die kämpfen jetzt erstmal gegeneinander. Ich hab von der Seite noch auf diesen Roboter hier geschossen. Diese, genau, die kämpfen jetzt gegeneinander, das sieht so dämlich aus übrigens, by the way. Ähm, die kämpfen gegeneinander. Und ich, weil ja, diese Roboter auch theoretisch... Ja genau, der geht raus aus dem Roboter und geht wieder rein in den Roboter. Und, ähm, ich schieße auf den von der Seite. Ihr seht, ich schieße an den auf der Seite. So, und auf den auch, ich versuche auf den zu schießen. Genau, das bin ich mit der Skala da unten. Von da unten. So. Ich wollte, dass dieser Roboter down geht. So, aber was passiert? Der Typ stirbt da mit diesem Roboter? So, jetzt haben immer noch ein Viertel der Spieler einen Rotter. So, hier hinten auch, oder was? Ne, schau nicht. So. So, dieser Roboter kommt angeflogen. Zu jemand anderem, okay, das bin nicht ich soweit. Ne, das bin ich, das bin ich, das bin nicht. So, krieg von der Seite natürlich ins Neid, weil der soll dann auf den Roboter gehen. Lieber den Neid kassieren. Hat hier noch noch einen Roboter? Irgendwo muss noch Roboter sein, zwei sich noch. Ah, ja, genau. So, ähm, da sind sogar drei Roboter gewesen, heißt, ja, mehr als 50%, 60%. So, muss dieser Roboter, ich sehe ihn nicht. Wo ist der Roboter? W, TF, what the heck, seit, also, Alter, da, ah, schön, super schön, da, da ist der Drix-Roboter. So, so, er flieht zu ihm nach unten. Ich denke mir, okay, komm, den töte ich jetzt. Ich schieße natürlich nicht. Wieso sollte ich auf ihn schießen, wenn hier der Roboter ist? So, ich töte ihn. Ich töte ihn. Aber Leute, ganz ehrlich, nur mal so, by the way, ich bin einer, ich würde niemals mit diesem Dreck spielen, ja. Ich gehe jetzt da hin, hole mir den Loot und lasse diesen Roboter da stehen. Denn wieso sollte ich mit diesem Roboter spielen? So, und er steigt ein, ja, nachdem ich ihm gerade eben geholfen habe, diesen Drecks-Roboter zu besiegen, steigt er in diesen Roboter ein. So. Steigt er in diesen Roboter ein. So. Genau. Und jetzt lädt er die Raketen auf und ich bin tot. Das ist lächerlich. An alle Leute, die das gut finden, gebt sehr gerne einen Dislike. Habe ich kein Problem damit. Ja, an alle Leute, die das gut finden, deabonniert, meine Wege. Es ist deabonniert, wenn ihr sagt, das ist gut. Das ist gut. Ich bin ausgerastet. Ihr seht jetzt mal, den Clip eingeblendet. Das ist doch nicht... Das Game. Ich bin der beste Roboter-Spieler auf diesem Planeten. So, ihr habt es gesehen. Ich bin mega ausgerastet und ich bin jetzt immer noch mega genervt von diesem Spiel. Leute, epic an euch. Ihr habt ein Spiel. Das ist so erfolgreich. So erfolgreich. Ihr könnt mit diesem Spiel immer noch viel erreichen. Ihr habt ein Spiel mit Potenzial. Ihr habt so viele Spiele. Ihr habt wirklich... Jeder kennt Fortnite. Jeder kennt Fortnite. Jeder hat es schon mal gespielt. So. Und heute... Denkt ihr euch... Ne, wir lassen die Roboter drin. Weil einzelne Personen sagen... Ja, der Roboter soll drin bleiben. Wie viele Leute sagen dann, dass der Roboter drin bleiben soll? 96% sagt, dass die Dinger rausgenommen werden sollen. 4% vielleicht der Spieler sagen, die Roboter sind ja so toll, damit kann man ja... Braucht man ja gar nicht mehr bauen und gar nicht mehr schießen, bla bla bla. Kann man einfach mit dem Roboter rumlaufen. Und Leute, ich möchte jetzt mal bitte von euch die Meinung haben. Hier oben ist die Abstimmung. Sollen die Roboter raus? Oder seid ihr ernsthaft der Meinung, dass diese scheiß Roboter drin bleiben sollen? Wie schon sagt Epic an euch, es ist kein Angriff an euch. Ich möchte euch damit nur sagen, dass diese Roboter aus diesem Game verschwinden müssen. Nicht mal sollen, nicht mal können, müssen. Die müssen aus diesem Spiel verschwinden. Weil Competitive ist mit dieser Scheiße unspielbar. Unspielbar. Ihr trefft irgendwann auf diese Roboter und dann stehen da zwei Roboter vor euch und die töten euch. Egal, was ihr dagegen versucht zu tun. Das war mein kleines Statement-Video zu dem Roboter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr der gleichen Meinung seid wie ich, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid wie ich, dann lasst gerne einen Daumen nach unten da. Und unsubscribe, kein Problem. Ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.